Hallo, ich bin Sebastian von der MacLife und darf hier regelmäßig tolle Gadgets und Accessoires fürs iPhone und Mac testen. Was derzeit an aller Munde ist, ist das kabelfreie Laden von Geräten, wie zum Beispiel im iPhone. Das kann das iPhone von Haus aus nicht, geht aber mit kleinen Zusatzgeräten wie diesem hier und einer Lampe wie der da hinten von Ikea. Damit das Ganze funktioniert, brauchen Sie einfach nur dieses IQI Mobile von Phone Salesman, das Sie ganz einfach an Ihrem iPhone montieren können. Diverse neue Möbel von Ikea, wie diese Lampe aus der WAV-Serie kommen mit so einem Pluszeichen. Das bedeutet, dass man genau an dieser Stelle kabelfrei ladbare Geräte aufladen kann, wie jetzt dieses iPhone. Wer sich nicht extra eine Lampe wie die von Ikea kaufen möchte, kann sich auch solche USB-gebundene Adapter besorgen, zum Beispiel um sie ans MacBook anzuschließen. Auf ihn kann man dann genauso einfach das iPhone laden. Wer komplett kabelfrei leben möchte, kann ebenfalls bei Phone Salesman den Keystone kaufen, der im Prinzip ein Akkupack ist und genauso funktioniert wie die anderen Geräte auch. Das Ganze ist so natürlich relativ hässlich, aber das Ding ist zum Glück flach genug, dass es in jede Eifenhülle passt.